Hi Leute, hier ist wieder Sven vom Cacetester-Blog. Im heutigen Video geht es mal wieder um das iPhone 12. Und zwar habe ich ein paar neue Produkte mir besorgt. Der Firma ROX, die hat nämlich ein bisschen was Neues jetzt auf den Markt geschmissen. Und ich will euch das Ganze natürlich auch nicht vorenthalten, zumal einige auch schon in den YouTube-Kommentaren darauf hingewiesen haben, dass ich das Ganze mal testen soll. Ja, was haben wir denn hier überhaupt? ROX hat das erste Mal ein Panzerglas hergestellt, und zwar ein japanisches. Was das alles kann, zeige ich euch gleich. Dann haben wir hier noch einmal eine Slimcase-Hülle, die haben wir auch schon mal im Test gehabt. Ihr kennt ja diese richtig dünnen Höhen, das ist sozusagen wie so eine Weiterentwicklung davon. Die hat einen Innenschutz, hat einen Displayschutz, also ist einfach besser gemacht, so wie halt auch der Slogan der Marke. Und wir haben hier noch was ganz Neues, wovon ich wirklich großer Fan bin, und das ist eine Lederhülle, also eine Echt-Lederhülle. Die soll so sein wie das Original von Apple. So, diese drei Sachen stelle ich euch jetzt mal vor. Wir starten mal mit dem japanischen Panzerglas. So, das Panzerglas habe ich mir direkt bei denen im Shop bestellt. Dort ist nämlich immer alles 1 Euro günstiger, als wenn man das Ganze zum Beispiel auf Amazon oder sonst wo kauft. So, was haben wir hier bei? An Zubehör eine Schablone, merke ich, haben wir auch dabei. Wir haben hier in einem Set drei Panzergläser drin. Ich habe mir das Ganze gekauft für 18,90 Euro bei denen im Shop. Drei Panzergläser haben wir hier. Wir haben hier dreimal diese Screen Protector Accessoires dabei. So, machen wir das Ganze mal auf. Dann kleben wir das Panzerglas mal drauf. Und dann kommen wir mal zu den Vor- und Nachteilen davon. So, was haben wir hier alles drin? Wir haben hier einen Sticker drin. Wir haben hier ein Alkohol-Pad drin und das normale Tuch zum Abwischen. So, dann machen wir das Ganze mal natürlich wieder im Schnelldurchlauf. So, wie ihr gesehen habt, das Ganze ging ziemlich schnell und sitzt auch wirklich perfekt. Eine kleine Blase gab es hier, die konnte man aber richtig leicht rausschieben und sonst hat man hier wirklich kein Problem. Und ich muss sagen, mir fällt auch schon sofort auf, dass das hier um einiges klarer ist als das, was ich immer benutze von der Firma ESR. Und zwar das hier, was viele wahrscheinlich von euch auch haben. Das ist ziemlich günstig, das Panzerglas. Das ist auch super. Aber das hier ist noch ein bisschen klarer, wie ich sehe. Man sieht auch viel besser die Notch da oben. Bei der anderen konnte man die Notch erkennen, aber nicht so perfekt wie hier. Also das ist wirklich, als wenn hier gar nichts drauf wäre. Aber gut, starten wir mal mit den Vorteilen. Wie gesagt, japanisches 9H-Panzerglas. Was heißt das überhaupt? Ich kann mich erinnern, damals, wo ich den ersten Test gemacht habe, und zwar noch für das iPhone 7 und 7 Plus, für das Panzerglas. Da habe ich einmal mich richtig erkundigt. Was gibt es überhaupt so für Panzergläser und was unterscheidet die? Und dazu habe ich damals, ich glaube, das war über Alibaba oder irgend so einen chinesischen Yung Wish oder wie die alle heißen, Shop habe ich mal so einen Verkäufer da angeschrieben und der hat mir das mal genau erklärt, wo es die Unterschiede gibt. Es gibt einmal so ein Corning-Glas, das ist richtig teuer, hat aber allerdings auch nicht so einen großen Unterschied zu dem japanischen Panzerglas. Corning, das hört man auch oft bei diesem iPhone-Display, dieses Ceramic Shield, da habe ich das nämlich auch gehört. Und dann gibt es noch das ganz normale Panzerglas, was halt so zum Beispiel dieses ESR-Panzerglas, deshalb ist es halt auch so günstig, weil man kann sagen, es ist das günstigste, was es denn eigentlich gibt. Und danach kommt dann das japanische Panzerglas, das ist härter, das ist kratzresistenter und es ist auch dünner. Und das stimmt auch wirklich, ich habe mir die beiden nämlich mal vorher angeschaut und habe mir die mal so ein bisschen gebogen und das hier kann man wirklich deutlich weiter biegen als das hier, das fühlt sich schon richtig an wie Glas. Und ja, dünner ist es auch noch, also mit den Händen kann man es spüren, wahrscheinlich wenn man es drauf hat, merkt man es nicht, aber es ist auf jeden Fall dünner. So, ja, kratzresistenter soll das Ganze auch sein. Ich weiß ganz genau, bei dem ESR-Panzerglas habe ich mir in einer Zeit schon ein paar Kratzer reingehauen und wir gucken das Ganze jetzt mal, wie das hier funktioniert. So, ich mache das mal hier. Also ihr hört es, denke ich auch. So, schauen wir mal, ist da irgendwas drauf geblieben? Ne, hier ist absolut gar nichts drauf geblieben. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, so jetzt könnt ihr das sehen. Hier oben habe ich ja gekratzt. Ich mache das Ganze jetzt nochmal. Also ihr seht, das Messer ist auch richtig schön spitz da. So, und ich muss sagen, hier ist wirklich überhaupt nichts drauf. Ja, haben sie nicht zu viel versprochen. Ja, deshalb ist das Ganze wahrscheinlich auch so teuer, weil das in der Herstellung ein bisschen, ja, wahrscheinlich komplizierter ist oder die Materialien sind teuer. Ich weiß es nicht. Irgendwie kommt man natürlich am Schluss auf diesen Preis, wenn man sich natürlich auch von anderen Markenherstellern jetzt mal die Panzergläser anguckt, wie von, ich glaube, Reno-Schild, die haben auch richtig teure Panzergläser im Programm oder diese Marke Glass. Das ist, glaube ich, eine deutsche Marke, die haben auch richtig teure Dinger da drin. Da kostet aber allerdings auch schon ein Panzerglas, ich glaube, 25 bis 30 Euro. So, gut. Das war auf jeden Fall der erste Vorteil, dieses japanische Panzerglas. Der zweite Vorteil ist, hier wird die ganze Front bedeckt. Ihr seht es, das geht richtig schön bis an die Ränder ran. Das heißt, hier wird nichts freigelassen. Auch die Notch ist bedeckt. Davon bin ich natürlich sowieso immer der Fan, wenn die Notch nicht auf ist, sondern schön geschlossen ist. So, wir schauen mal, ob das Ganze überhaupt noch funktioniert mit den Face-ID. Ihr seht, das funktioniert sofort und auch der Touch, der funktioniert auch problemlos. Das habe ich vorher schon alles ausgetestet. Nächster Vorteil, es passt richtig gut mit Rockshöhen zusammen. Ich zeige euch das mal schnell. Ja, dann kann ich euch eigentlich auch schon mal kurz diese Höhen hier ein bisschen präsentieren. Hier haben wir die Rocks-Lederhülle. So schaut das Ding aus. Stecken wir das Ganze mal rein hier. So, das Ganze ist montiert und ihr seht, hier wird nichts an den Seiten wieder hochgedrückt. Ihr habt hier einen minimalen Spalt zwischen. Da kann sich natürlich auch noch Staub ansetzen. Aber größer gehen diese Panzergläser halt nicht. Und mit den Rockshöhen passt das wirklich sehr gut zusammen. So, packen wir nochmal kurz eine andere Rockshöhe drauf. So, und ihr seht, das Ganze sitzt auch richtig fest. Es gibt nämlich manche Hüllen, die rutschen hier an der Seite immer raus. Das ist zum Beispiel auch bei der originalen Apple-Hülle so. Und bei der Rock-Silikon-Hülle habe ich das auch manchmal. Und das habe ich auch bei der originalen Lederhülle von Apple so. So, jetzt muss ich hier mal ein bisschen tricksen, damit ich das überhaupt rausbekomme. Da muss man sich dann halt keine Sorgen machen, wenn einem das Ganze mal blöd aufs Display runterfällt, dass das Handy da irgendwie sofort herausspringt. So, nehmen wir jetzt mal, 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 was haben wir denn hier noch? Ich denke mal, so eine Silikon-Hülle von Rockshöhen haben viele. Die habe ich natürlich auch schon getestet. Machen wir die mal drum. Schauen wir mal, wie das Ganze damit aussieht. So, ich muss gleich gucken, dass ich hier nicht komplett durcheinander komme mit den ganzen Hüllen. So, hier haben wir diese Silikon-Hülle. Machen wir das hier auch mal rein. So, und auch hier kann man sehen, das schließt fast perfekt ab. Ihr habt wirklich hier einen minimalen Spalt. Das ist natürlich auch gut, weil man kann diese Hüllen immer an den Seiten ein bisschen drücken. Und wenn das wirklich genau anliegen würde, dann würdet ihr mit so einem kleinen Druck hier drauf das Panzerglas einfach wieder hochdrücken. So, ja, machen wir mal weiter. Ihr habt auch eine Schablone dabei. Mittlerweile haben das aber ziemlich viele, weil es ist wirklich perfekt. Man legt die Schablone drauf und das Panzerglas sitzt einfach perfekt. Nächster Vorteil, wie ich gerade schon gesagt habe, die Funktionen, die werden nicht beeinträchtigt. Der Touchscreen funktioniert, das gibt es überhaupt keine Probleme. Und auch Face-ID funktioniert, wie ihr sehen könnt. Ihr habt alles in dreifacher Ausführung dabei. Also pro Panzerglas habt ihr ein Package, was da liegt. Und der nächste oder auch letzte Vorteil, was ich eigentlich richtig cool fand, das ist die Verpackung, weil man hat wirklich hier bei dem zum Beispiel, das kann man hier einfach zusammendrücken. Die haben hier nochmal so ein Plastik-Inlay reingemacht, damit man das halt nicht so gut zusammendrücken kann. Aber hier in der Mitte kann ich einfach drücken. Und wenn ihr halt das mal blöd zugeschickt bekommt durch irgendwelche komischen Arbeiter, sage ich jetzt mal, die das da irgendwie in den Briefkasten versuchen reinzudrücken, dann geht das kaputt. Hier habt ihr so eine richtige Holzbox. Man kann die einfach nicht drücken. Das heißt, ihr braucht euch keine Sorgen machen, dass hier irgendwas kaputt bei euch ankommen sollte. Ja, das war das Panzerglas. Achso, ja, wir haben hier natürlich auch noch Nachteile. Und den einzigen Nachteil, den ich finden konnte, das ist wirklich der Preis. 20 Euro für drei Panzergläser ist nicht gerade günstig. Aber wie gesagt, ihr könnt euch hier keine Kratzer reinhauen oder sonstiges. Wenn es vielleicht mal kaputt gehen sollte, habt ihr drei Stück davon. Also man kann sagen, wenn ihr so ein iPhone zwei Jahre behaltet, reicht ein Set davon höchstwahrscheinlich auch aus. So, jetzt kommen wir mal zur Lederhülle. So, kommen wir mal zur Lederhülle. Die habe ich mir auch im Shop gekauft und zwar für 33,90 Euro. Sonst kostet die 34,90 Euro. Ja, ich weiß, Lederhüllen sind teuer. Ich hatte natürlich hier auch das Original von Apple. Da können wir gleich mal ein bisschen vergleichen. Das kostet übrigens 65 Euro, wenn man das so bei Apple kauft. Aber gut, so, wir starten jetzt direkt mit den Vorteilen. Ihr habt hier echtes Leder und es riecht auch so und es fühlt sich auch so an wie das von Apple. Das ist ein kleines bisschen körniger, aber ich denke mal, das liegt wirklich hier an der Farbe. Also es ist schön weich, es fühlt sich gut an und riecht auch gut. So, zweiter Vorteil ist, ihr habt hier ein Hardcase mit halt dieser Lederumrandung. Ihr seht, das Ganze gibt wirklich ein bisschen nur nach. Das ist natürlich der perfekte Schutz, wenn euch das Ganze mal richtig blöd runterfällt. Es federt ab. Und falls es wirklich zu stark ist, dieser Sturz, dann bricht am Schluss einfach dieses Hardcase und die Energie ist absorbiert. Zweiter oder eher gesagt, der dritte Vorteil ist, hier auch wie bei der Originalen, ihr habt hier einen Innschutz. Das heißt, kommt einmal irgendwas dazwischen wie ein Sandkorn im Sommer oder Schmutz oder Deck. Das rutscht hier drin nicht hin und her und zerkratzt euch am Schluss noch irgendwie die Rückseite, sondern es bleibt hier einfach stecken. Ihr nehmt die Hülle ab, nehmt das Ganze, schmeißt es weg und das war's. Der nächste Vorteil ist der Displayschutz. Den zeige ich euch mal schnell. So, ihr seht, ich habe immer noch das ROX-Panzerglas drum und trotzdem gehen hier die Displayränder schön nochmal zwei Millimeter rüber. Das heißt, fällt euch das Ganze mal so hin. Ihr seht, das federt noch schön. Da geht euch das Display nicht kaputt. Da geht euch auch das Panzerglas nicht kaputt. Nächster Vorteil, ihr habt auch hier einen Kameraschutz. Ihr seht, das Ganze geht hier Stückchen rüber. Das heißt, legt ihr das Handy mal so hin. Die Kamera liegt nicht auf und kann dementsprechend auch nicht zerkratzen. Der nächste Vorteil ist, das Ganze ist schön dünn gehalten. Ihr seht es, es macht das iPhone nicht zu dick. Es gibt ja manche Lederhöhlen, die sind richtig extrem dick und da denkt man, man hat wirklich so einen Backstein in der Hand. Ja, der nächste Vorteil ist, das Ganze ist komplett geschlossen. Das ist hier unten nicht auf. Allerdings bei der Apple ist es ja unten auch nicht mehr auf. Früher war es immer auf. Es gibt auch immer noch viele Höhlen, wo das Ganze hier unten geöffnet ist. Es ist halt blöd, wenn dann das Ganze mal irgendwie so blöd auf der Kante fällt. Dann ist halt der Rahmen kaputt. Und der letzte Vorteil ist die Aussparung und die Knöpfe. Ihr hört es, ein perfekter Druckpunkt. Man hört ihn auch. Auch daran erkennt man halt Höhlen mit Qualität. Und auch die Aussparungen sind alle gut getroffen. Hier wird nichts verdeckt. Und auch hier nicht. Hier kommt man noch überall perfekt dran. Ja, auch hier wieder nur ein Nachteil. Und zwar der Preis. Echte Lederhöhlen sind halt teuer. Wenn man diese Imitate kauft aus Kunstleder, damit zahlt man für so eine Höhle wahrscheinlich 15 bis 20 Euro. Echtleder ist natürlich schon um einiges teurer. Aber mit 35 Euro kann man hier ehrlich gesagt nicht meckern. Weil wie gesagt, die Originale von Apple, die kostet 65 und das ist eigentlich ziemlich gleich. Und dann gibt es von ESR, gibt es auch noch so eine Lederhöhle, habe ich mal im Test gehabt. Die hat glaube ich 30 gekostet. Allerdings war die von der Struktur, hat die mich so an Oma erinnert. Und ein Kommentar hat mich dann darauf gebracht, warum mich das so an Oma erinnert. Weil die diese Brillenetouisse immer in diesem komischen Leder hatten. Und genau so sind auch diese Lederhöhlen. Und hier hat man wirklich ein ganz schönes Ledermuster, was jetzt nicht an Oma erinnert. Ja, das war die Lederhöhle. Und wir kommen jetzt mal zum letzten und zwar dem Slim Case. So, da wären wir beim Slim Case. Das habe ich mir gekauft, auch bei denen im Shop für 16,90 Euro. Das ist also schon mal deutlich günstiger als zum Beispiel die Lederhöhle von gerade. Und so schaut das gute Stück aus. Ihr seht, da sind schon Fingerabdrücke von mir drauf. Die gehen aber ziemlich leicht auch weg. So, ja, starten wir mal mit den Vorteilen. Das Ganze wird beworben als weltweit einzigartig. Und das glaube ich ehrlich gesagt auch so, weil es gibt ja diese richtig dünnen Höhlen, die ich richtig gut auch finde. Aber die haben nie einen Innschutz gehabt, die haben nie einen Displayschutz gehabt. Und selten haben die auch mal einen Kameraschutz gehabt. Ja, hier wurde das Ganze ein bisschen weiterentwickelt. Das wurde hier ein bisschen höher gemacht, ein bisschen dicker wurde das auch gemacht. Und der Innschutz ist jetzt auch da. So, auch hier haben wir einen Hardcase. Ich habe es gerade schon erklärt. Natürlich sehr guter Schutz, weil das hier ist so ein Polycarbonatstäter. Aber es fühlt sich wirklich schön weich auch an und nicht wie so ein Plastik-irgendwas billig-Kack, sage ich jetzt mal. Ja, der nächste Vorteil, ihr habt auch hier einen Innschutz, habe ich gerade auch schon erklärt. Ihr habt zusätzlich noch einen Displayschutz. Den zeige ich euch mal schnell. So, hier ist das Ganze ein bisschen schwieriger reinzukriegen. Aber wenn es einmal drin sitzt, will mich hier schon rausschmeißen. Ja, das kommt halt bei solchen Hüllen, wenn die an der Seite nicht so weich sind, wie zum Beispiel eine Lederhülle oder eine Silikonhülle. So, nein. So, und da wären wir auch schon. Und den Displayschutz sehen wir jetzt hier, obwohl wir das Panzerglas immer noch drauf haben, steht das Ganze hier ein kleines Stückchen rüber. Nicht so sehr wie bei der Lederhülle gerade. Diese Hülle ist auch eher so dafür da, dass das fast nicht auffällt. So minimalistisch nenne ich es jetzt mal. Nächster Vorteil, wie gesagt, das Ganze ist ziemlich dünn. Auch hier haben wir wirklich wieder alles komplett geschlossen. Hier sind sogar die Lautsprecher nochmal einzeln ausgespart. Da bin ich natürlich auch ein ziemlich großer Fan von, wenn es halt nicht so ist. Aber anscheinend geht es wohl manchmal nicht anders. Ja, der nächste Vorteil ist die Knöpfe. Auch hier wieder sehr leicht zu drücken mit einem perfekten Druckpunkt. So, Nachteile. Wie gesagt, hier gibt es auch keine Nachteile. Das gab es aber auch damals schon nicht, wo ich dieses Slim Case mal für das iPhone 11 getestet habe. Also ich konnte hier jetzt nicht wirklich was finden. Der Kameraschutz könnte ein bisschen höher sein, sehe ich gerade. Aber ansonsten gibt es ja eigentlich nichts zu meckern. Auch preislich gibt es hier nichts zu meckern. Ja, das waren die neuen drei Produkte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe euch das Ganze mal direkt unten in der Videobeschreibung jetzt verlinkt. Dort einfach mal draufklicken. Dann landet ihr bei Amazon. Den Shop habe ich euch auch verlinkt, wo es die ganzen Sachen noch ein bisschen günstiger gibt. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, werdet Abonnent. Ich würde mich riesig freuen. Ich werde demnächst auch nochmal so einen Lederhöhentest zum iPhone 12 machen, weil die Dinger gefallen mir ehrlich gesagt ziemlich gut. Nur bei dieser Original von Apple, ihr seht es selber, hier ist schon alles schwarz. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Das heißt, hier kann man nochmal einen kleinen Langzeittest mit einfließen lassen. Und ja, wie gesagt, werdet Abonnent. Bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.